Wir sind ja jetzt schon wieder bei dem A-Kampfhafen. So, jeder heilen. Die Spießerung sind irgendwie voll laut, wenn ich sie voll leise gestellt habe. Also ihr ballert schon und ich bin jetzt erst wieder ingame. Ich würde mir so einen Ketten zeigen, Massaker. Boah, Schrotflinte, 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 das wird lustig. Die gab's in der vorherigen Mission auch. Echt mal, schieß doch nicht auf mich! Nein! Wie jeder die Kills haben. Das sind irgendwie keine Zombies mehr. Doch, ich weiß nicht. Das sieht ein bisschen aus wie die Map von Karneval, oder? Puh, Feuerspiel. Wer ist schon mitbekommen, Martin? Im Spiel gibt's Zombies. Was? Echt? Ich hab mir aufgefallen. Nee, ich wurde grad nicht angerufen. Nein, dein Handy wird leer. Ja, gar nichts. Geh mal so ein Gas-Tacknet. Welchen Gas-Tack? Irgend so'n Tank. Da! Alter! Irgend so'n weißen Tank. Hm. Gas. Boom. Ah! Ich hab'n Granatwärfer und so. Das sind Granatwärfer und so. Das sind Granatwärfer und so. Das sind Granatwärfer und so. Das war nicht so schlau, den anzuschießen. Ich hör'n was dickes. Ich hör'n was dickes. Ich hör'n was dickes. Ich hör'n nix dickes. Das ist ein Problem. Boch, 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 boch. Irgendwo müsste doch da jetzt ein Wisch kommen. Ich hör'n Boomer. Ich hör'n hier oben. Hier hinten. Rechts. Nee, in dem Gebüsch. Sondern. Hier oben. Ich hör'n hier oben. Der stirb, Junge. Stirb. Timo. Der ist irgendwo hier. Der ist irgendwo hier. Alter. Felix, kommst du? Ja. Ey, der kommt. Jockel. Ja, Jockel auf mein Kopf. Jockel tot. Ja, die Kopfflasche, der beide Typ. Ulin, komm mal her. Oder ja, wie soll ich ihn nicht nennen? Smoker. Smoker, Smoker. Dankeschön. Ja, ja. Das war zwar nicht das effektivste, aber... Jetzt mal Molly reingehe. Alter, geht's noch? Wir sind doch eben erst alle rausgekommen. Ich wechsle jetzt zur Axt. Ich hab' immer noch meine Kettensäge. Hier runter. Ich hab' noch, äh, ein paar Gramm... Adrenalin. Hier, mit meiner mit Adrenalin. Molly. Nimm ich. ... Branden-Money irgendwo. Hier drin. Ja, hier. Hier nicht mal. Frau Baume-Licht hier. Von her. Hier, Branden-Money. Also, ich mach' mal hier weg. Äh... Drin ist Branden-Money, ne? Hier, dein Karate für den Tank jetzt auf. Welchen Tank? Da müsste jetzt eine kommen. Äh... Jetzt schon? Einfach mal durch. Ob du's gebösch. Von wem war denn grad die Musik, hä? Komm ab! Echt mal, du bist bescheuert? Oh. Ich liege am Boden. Ey, ich brauche Hilfe! Blö. Los, auf, auf, auf! Äh... Leute, die bei mir grad gesehen haben, dass ich da nicht grad, äh... irgendwas Produktives gemacht hab. Ich werd grad angerufen. Na, da guckt er noch rum. Haben wir denn nicht in den Sixiklo? Nee. Hier ist ne Schwottflinte. Vielleicht können wir's ja aufbrechen. Okay, warte. Nee, funktioniert. Die Leute, der Tank! Aua! Alter! Alter, stimmt weh! Wir müssen hier rüber, ne? Tank! Das ist dein Tank. Ah, komm doch, du! Komm doch! Na, komm! Er ist down, er ist down! Okay. Alles gut, Jungs. Kann das Auto hier explodieren? Weiß ich nicht. Weiß nur, dass es jetzt nicht groß ist. Weiß es locker ist. Wer war das bloß? Weiß ich nicht. Mich hat irgendjemand mit ner Zunge. Okay. Okay, ich komm nicht mehr rüber. Also... Gut, ich komm mal da rüber. Nee, zurück meine ich. Komm mal. Einfach hier hinten drauf. Und dann hier drüber. Egal. Hab mich nicht erschreckt. Ich hab ihn nur begrüßt. Ja, ne? Du wolltest ihn freudig umarmen. Aber er wollte ihn nicht. Hab dann aber gemerkt, dass ich das falsche in der Hand hatte. Also wenn jemand einen Hilfig findet, möchte ich das haben. Ich hab mal auch nur Tabletten. Auuuutsch. Ich will mein Heepack. Entschuldigung, ist nicht so die effektive Sonarkampfwaffe. So. Nein. Ne, 15 AP. Das geht. Kann ich mit dem Waffe nix hier. Fett Schatten. Aua. Hättest du vielleicht wieder einen Medi-Check rüber? Äh, ich. Was war's? Bin hinter dir. Wenn ich? Nein, rechtsblick. Ich hör'n Charter. Wo kommt das jetzt her? Von der Seite. Ach, der ist hinten. Das war'n Smoker. Ja. Alles klar, Jungs. Ach, hast du Foodbrenn? Soll ich mitkommen? Nein. Junix, hinter dir ist eine ganz... süße Frau. Nein. Ist so. Nein, ihr seid so brutal zu dir. So sehen die meisten Frauen übrigens beim Schlussverkauf aus und so. Quatsch. Beim Sommerfall? Beim Sommerschlussverkauf. Geht rüber. Geht rüber, Jungs. Ich hab' dir die Axt nicht in den Rücken gerammt. Das war nur ausfassend. So hast du dich gar nicht tun. Ähm, Timo? Ja, was ist denn los? Ein Jockel. Ein Jockel ist jetzt doch nicht. Ist so schade. Könntest du... Bitte. Hinter dir. Der ist aber dick gewesen. Wir nehmen Splittergranaten. Ich hab' Splittergranaten. Ich setz' die gleich oben hin. Ähm, ja. Hammergeil. Wenn die alle herkommen, setz' ich Splittergranaten. Frank, komm nach hinten. Wir müssen jetzt erstmal das Brain beschützen. Boah, was denn? Frank, hier hinten sind die Splittergranaten. Ich hab' die Witch übrigens schon umgebracht, ne? Aber ne Witch. Ey, du bist so wie der Fanggeil, ne? Ja, diese Witch. Die kleine Bitch. Nimm die Splitter. Ohhhh. Oh, was denn da? Ohhhh. Alles meins. Alles meins. Mein mit dem eher. Bring's hin, der Sniper. Ja. Äh. Hier ist ein Medi-Pack. Hier ist noch ein Medi-Pack. Hier sind noch zwei Medi-Packs. Äh, Brain, du heißt doch... Janik? Jan. 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 So. Eins liegt danach. Da ist ein Medi-Pack. So, was... Und hier ist, äh, Laser-Zielfernrohre, ne? Boah, ich find mein Sniper-Visier so geil. Hast du auch ne Sniper? Ich glaub, hier ist doch ein Medi-Pack, wenn wer will. Ich hab auch ne Sniper. Ich nehm's gerne mit, denn ich hab nur... Ja. Ja, da unten rechts in dem Raum, ey. Ja, auf dem Klo. Genau. Hallo? Da drin? Ich hab doch. Und ich hab nur Spaß mit Laser-Visier. Neuze! Das Sniper. Öffnen Sie die Ladentür. Ey, warum geht ihr die Treppen runter? So. So, deine Entdeckung. Nimm dir einfach. Also wenn ich so in einem Laden begrüßt werde, ne? Dann kaufst du erst recht viel. Ey, entne? Müssen wir jetzt gleich wieder rüber zum anderen? Ja. Das Beste ist, ihr müsst auf mich aufpassen. Warum? Ähm, könntet ihr? Könntet ihr? Schon dabei, schon dabei, schon dabei. Ich hoffe, das ist nicht so laut in der Aufrufe. Ja, ich hör das auch laut. Tata! Aua! Der ist Kuschelkur. Ich hör das. Ja, schon Factory! Hast du hier grad mit ner Cola-Dose best... Der hat RICHARDED una Cola-Dose in den Hanen! Brauch ich ja für die Mission. Vorbombe! Ich schau' ich die Zombies tot. Aua! Weg! weg durch jocke das hört nicht auf ehe wir bei der tür sind ja es hört nicht auf ehe wir bei der tür sind ich mag diese zombies nicht die sind so kuschelig was mit mir du hast dich hier oben jetzt erst mal in den warum soll ich mich heilen sieht doch noch alles gut aus ich habe keine mani mehr du kannst doch mal rutsch gehen ihr wisst schon wo sind wir er hat gesagt ich soll mich oben heilen ja ja mit heilen meinten sterben ich helfe ihn hoch ich hab mich doch geholfen wenn jemand noch ja ja wo waren jetzt die waffen gute folge ja und die waffen und hier alle hin er meinte weiter wir sind im kreis gelaufen ne ich will die munition noch mal eine andere gibt es hier eigentlich noch eine andere nachkampfwaffe aber bei uns ist ein marktfest für die ganze Zeit fährt der Krone wohnen so dann lassen es mal wieder hoch und weiter der��te ich muss sagen und so einen guten Kick habe ich noch nie gestellt so auch ein localhost von mir selber nicht Danke. Ja, sehr gut. Zombie ist nicht. Einer. Wie der einfach nur wieder auf mich schießt. Ja, wenn du mich hier die ganze Zeit schubst. Ander. Dankeschön. Smoker. Laufen. Okay. Da ist die Ridge. Nicht da lange laufen. Adrenalin. Wo ist denn die Ridge? Da, hinter dem Bus. Da steht sie. Ach, da ja. Was ist denn mit Unix? Da wird es laufen. Wird es laufen. Haben die zumindest gesagt. Ich bin so ein bisschen abgelenkt. Ja, laufen hier nichts. Schatter. Ja. Aua. Einmal die Ridge Töten. Wunder. 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 Zeit ist ja noch eine Ridge. Nein, ich hab dich gewandert. Soll wir mal töten? Nö. Ja, endlich wieder hier Packs. Komm, ich schiebe jetzt einmal die Wütter kommen dann rein. Kann nicht kurz. Wunder. Hey, ich wollte ihn noch fertig machen. Warum sind wir jetzt reingegangen, wenn die Ridge da draußen war? Das lustig ist. Also zuerst, wir brauchen ca. 15 Minuten pro Part. Ja, ja. Boah, hier noch nichts. Dieses Hardcore Schaf. Tank schlechter. Ja, da 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 da. Doch, der erste Tank. Vorhin. Ha. Ha. War viel besser als du. Gewalt. Ja. Hör mal, Alkira und Unix sind fast nichts zum Spielbad. Ja, halt's ab. Tank schlechter hier ein. Ja, ich spiele das Spiel das zweite Mal. Lüg nicht. Ich weiß nicht, du hast mal durch. Ich baue mal ne neue Nahkampfwaffe. Wollen wir das für den ersten Pott so lassen? Hm? Den ersten Part, ähm, und jetzt in den zweiten Wechsel. Panzerkarten. Ja, also ich cutte das nachher alles. Ja, also ich cutte das nachher alles.